Es gibt natürlich beim Coop hunderte von Sachen zu kaufen, aber heute reden wir noch von drei. USA Pieboiled Reis und natürliche Wildreis. Eigentlich muss man es nicht mehr selber mischen, seit es bei Coop den Wild Rice Mix zu einem erstaunlich günstigen Preis gibt. Wild Rice Mix mit dem einzigartigen Geschmack vom seltenen Wildreis und ihre Kochkünste machen aus jedem Reisgericht ein Festessen. Von Zweifeln gibt es jetzt die vielseitigen neuen Schwedenbrötchen mit Haferkleiden und von Coop gibt es Aussichten auf einen Gewinn im Market Quiz, wenn Sie den richtigen Namen herausfinden. Zum Schluss wie jeden Tag ein Hinweis auf ein Aktionsangebot, das morgen bei Coop erhältlich ist. 3 kg Ariel Ultra z.B. kostet nur 16.50 Franken. Bis morgen beim Coop aus Hundergründ.